Die hierzu erwerbende Drei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Wilhelmsfeld. 1994 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 87 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 150.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017